Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ich hatte es vor einigen Wochen schon angekündigt und zwar habe ich vor eine Europa-Reise zu machen. Einmal mit dem Auto rund um die Alpen herum. Ich werde also auch nur im Auto schlafen etc. Und das hier ist heute das erste Video zu dieser Videoreihe Europa-Reise. Und ich hoffe natürlich, dass ich viele, viele Aufnahmen erstellen kann, damit ich diese ganze Reise schön dokumentieren kann. Falls ihr also wissen möchtet, was mir auf dieser Reise alles passiert ist, wo ich überhaupt überall gewesen bin, bleibt gerne dabei und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Für alle, die das letzte Video über diese Alpen-Reise noch nicht gesehen haben, hier nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich habe mir hier mit Google Maps einfach mal die Route ausgegeben. Los geht das Ganze hier am Chiemsee. Und ich werde halt einzelne Stationen anfahren. Unter anderem natürlich in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, Italien, runter bis nach Kroatien und über Slowenien und Österreich geht es dann wieder zurück zum Chiemsee. Die ganze Tour findet halt, wie gesagt, im Auto statt. Laut Planung sollen es ungefähr so 2500 Kilometer sein. Ich bin gespannt, ob das realistisch ist und ob das wirklich stimmen wird. Da kommt natürlich dazu, dass ich keine Stauumfahrungen dabei habe oder Baustellen oder dass ich mich einfach mal so verfahren könnte etc. Aber wie gesagt, die reine Tour sind ungefähr 2500 Kilometer und ich habe für diese Rundreise grob 10 Tage eingeplant. Maximal 12 Tage dürften es werden, weil mehr Urlaub habe ich nicht. Das heißt, am 13. Tag muss ich dann schon wieder arbeiten. Aber ich denke eigentlich und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass das so alles ganz gut klappen wird. Und ihr könnt hier auf der Karte wunderschön sehen, also es wird genau dieser zentrale Kern der Alpen umfahren. Natürlich könnte man sagen, okay, hier ist auch noch ein Berg, der gehört zu den Alpen. Hier auch. Da unten sind noch vereinzelt welche. Aber ich sage mal so, die richtigen Knaller an Bergen sind dabei. Wie hier zum Beispiel der Mont Blanc, die Zugspitze etc. Und ich denke, ich werde auf der Reise sehr, sehr viele schöne Eindrücke gewinnen können. So und eine gute Reise beginnt natürlich immer mit einem guten Startpunkt. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Ich habe mich hier für den Chiemsee entschieden. Der Chiemsee ist der größte See in Bayern. Hat eine Fläche von 80 Quadratkilometern. Und wenn man einmal außen drum herum laufen möchte, sind das ungefähr 64 Kilometer. Das weiß ich ziemlich genau, weil ich diese Strecke schon mal gelaufen bin. Dazu gibt es auch ein Video hier auf meinem Kanal. Und da dieser See halt sehr nahe an mir zu Hause liegt, habe ich mir gedacht, wäre das die beste Voraussetzung, dort auch zu starten. Und ich zeige euch jetzt gerade hier einmal ein paar Impressionen aus der Gegend. Ich bin mit der Drohne geflogen. Natürlich weit ab von irgendwelchen Gebäuden oder Dörfern. Auch wenn das jetzt da etwas verrückt aussieht. Aber ich war tatsächlich ausreichend weit entfernt von den Dörfern. Und wie ihr sehen könnt, das Wetter war grauenhaft. Zwei Wochen vorher hatten wir noch ungefähr 17, 18 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Und ja, das war aber leider zu dem Zeitpunkt schon wieder vorbei. Schnee war halt angesagt. Meine Hoffnung war halt, dass das Wetter sich wieder verbessern würde, bevor meine Tour losgeht. Denn im Schnee wollte ich ungerne losfahren. Das Schöne am Herrenchiemsee, das ist natürlich ein großartiges Touristenziel, was auch reichlich besucht wird unterm Jahr. Eben weil es dort zum einen die Herreninsel gibt, sowie die Fraueninsel. Und dann gibt es noch die Kräuterinsel. Die Fraueninsel ist sehr interessant. Dort findet jährlich halt ein schöner Weihnachtsmarkt statt. Ich glaube aktuell wohnen dort ungefähr 300 Einwohner. Und diese kleine Insel ist schon seit weit über 1200 Jahren bewohnt. Da sieht man sie jetzt gerade einmal. Und viel interessanter ist aber natürlich vor allen Dingen für die Touristen die Herreninsel. Denn dort steht das Schloss von König Ludwig II. Das wurde so um 1880 begonnen zu bauen. Es wurde leider bis heute niemals fertiggestellt. Es sollte eine Kopie vom Schloss Versailles werden. Aber irgendwann ging dann halt dem König das Geld aus. Und ich denke die Leidensgeschichte vom König dürfte den meisten bekannt sein. Hier sieht man die Herreninsel gerade. Das war auf der Ratzingerhöhe in der Nähe von Prien am Chiemsee. Im Hintergrund halt schön die Berge zu sehen. Und ich wollte einfach mal zeigen, wie groß diese Fläche ist, die ich da umfahren muss. Also das sieht schon auf den Aufnahmen so gigantisch aus. Und man muss bedenken, die Berge sind da noch ungefähr 30 Kilometer entfernt. Und durch die Erdkrümmung sieht man natürlich gar nicht die Berge, die sich hinter der Krümmung verstecken. Es ist also eine gewaltige, riesig lange Fläche. Und da ich es so nicht zeigen konnte, habe ich mir gedacht, okay, ich fahre mal schnell nach Aschau. Dort ist die Seilbahn, die rauf führt zur Kampenwand. Und von dort oben hat man natürlich eine viel schönere Aussicht auf die ganzen herumliegenden Berge. Und jetzt gleich werdet ihr es sehen, wenn ich mit der Seilbahn hochfahre. Die Seilbahn ist nicht jedermanns Sache. Es sind kleine Kabinen, es wackelt da drin unheimlich. Mir persönlich macht das nichts aus. Ich habe aber auch schon Leute gehabt, denen hat das nicht so sehr gefallen. Und deswegen, da muss man sich vielleicht etwas überwinden. Da gibt es andere Seilbahnen, die etwas komfortabler sind, die vor allen Dingen größer sind und auch ruhiger fahren. Zum Beispiel beim Hochfällen in der Nähe von Bergen. Da gibt es schöne große Kabinen. Das ist sehr gemütlich, da hochzufahren, wie mit einem Bus quasi. Und hier die Kampenwandbahn, da ruckelt es schon ganz gewaltig. Da muss man auch schon ein bisschen schwindelfrei sein, weil es gibt halt Streckenabschnitte. Da ist man, ich schätze mal so ungefähr 100 Meter über dem Boden. Und man schaut halt gerade runter. Ja, da darf man sich halt keine Gedanken drüber machen, wenn man mit der Seilbahn fährt. Ja, und man sieht es hier auch. Es hatte brutal geschneit. Es war windig wie Sau. Und ich musste oben den Stabby an der Kamera anmachen und musste das Video im Nachhinein nochmal stabilisieren, weil es halt so gewackelt hat und das hat gerauscht und gepfiffen auf diesem Mikrofon. Das habe ich alles weggeschnitten. Deswegen spreche ich den ganzen Ton jetzt so auf. Hier habe ich aber auch mal eine Aufnahme vom Hochfällen. Das ist halt ein Panoramafoto, was ich jetzt geslidet habe für den Film extra. Und das war zur Sommerzeit. Da sieht man einfach mal, wie schön es da oben vom Hochfällen aus ist. Da kann man auch ganz gemütlich rauf spazieren, beziehungsweise ganz gemütlich in Anführungszeichen, wenn man da hoch geht, muss man schon ein bisschen sportlich sein. Es gibt kleine Abschnitte, da muss man auch spindelfrei sein. Von der Kondition her sollte man gut dabei sein, denn der Aufstieg dauert ungefähr 3-4 Stunden und es gibt einige Abschnitte, da muss man schon ein bisschen kämpfen. Also selbst ich, ich gehe gerne auf die Berge und hatte da echt meine Mühe. Ja, aber hier sieht man halt diese gewaltige Bergkulisse und ich werde da drum herumfahren. Und ja, wenn ich diese Bilder alleine schon sehe, dann werde ich richtig heiß auf diese Tour und habe auch richtig Bock darauf und es wird einfach Zeit jetzt. Ja, in dem Sinne wollen wir hoffen, dass alles gut geht und schauen wir mal weiter. So, und zum Abschluss dann halt nochmal die Abfahrt mit der Kampenbandbahn, wo man auch nochmal diese gewaltige Größe des Chiemsees sehen kann. Einfach toll. So viel zu meinem Einleitungsvideo. Das Ganze sollte natürlich nur ein Appetitanreger sein, denn die ganzen coolen Etappen meiner Reise, die kommen ja jetzt erst noch und ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wo geht die ganze Reise überhaupt los und was ist der Startpunkt meiner ganzen Tour. Ich muss gestehen, langsam werde ich etwas nervös, denn mir ist klar, dass da halt sehr viele Sachen passieren können. Mein Wagen könnte liegen bleiben. Im schlimmsten Fall könnte ich vielleicht nachts überfallen werden, weil ich halt auch im Ausland bin, wenn ich da irgendwie einen Krankheitsfall habe aus irgendeinem Grund, dann bin ich natürlich ziemlich aufgeschmissen, denn da im Krankenhaus zu landen oder irgendwas wäre natürlich eine Katastrophe. Aber ich habe es jetzt soweit geplant und jetzt ist es einfach soweit, dass ich die Reise auch starten möchte. Es muss jetzt einfach losgehen. Ich freue mich indirekt auch tierisch darauf, eben weil ich weiß, was ich für Ziele ansteuern werde. Und ja, es sind traumhafte Sachen, die ich größtenteils noch nie gesehen habe vorher. Und ich schaue mir mal, was da alles kommen wird. In den nächsten Teilen wird es halt immer so sein, dass ich euch zeige, wo ich gerade bin. Werde eventuell auch da ein paar Fotos machen oder ein paar Filmaufnahmen. Auf jeden Fall so dokumentieren, dass ihr immer nachvollziehen könnt, wo bin ich gewesen. Und ich möchte euch halt zeigen, ist es möglich, mit dem Auto einmal rund um die Alpen zu fahren, beziehungsweise wie angenehm wird das Ganze werden, wird das Ganze schlauchen etc. und ja, alles Fragen, die ich halt in den nächsten Videos vielleicht beantworten kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.